so freunde der sonne wir stürzen uns in die erste aufgabe besuche fetziger forst reality falls und rave caven und ihr seht schon das ist der erste anflug meine erste runde mal gucken ob wir das überhaupt hinbekommen oder alle ob alle sozusagen die gesamte lobby wieder zu einem spot springt was ja auch klar ist weil alle wollen natürlich dahin aber ich sage euch jetzt schon das sieht richtig richtig heftig aus wie ich finde richtig heftig das lilane hier irgendwie erinnert mich ja alles so ein bisschen auch am weeping woods oder also ich meine klasse es sieht alles so ein bisschen different aus aber ansonsten ist es doch eine ganz ganz wille nummer hier leider ich finde es cool ich finde es einfach cool und jetzt muss man wie gesagt mal schauen ob wir das auch gleich hinbekommen kann man auf diesen dingern hier springen das habe ich noch nicht rauskriegt komme ich hier weiter nee aber wir laufen kann man sprinten ja das hat es nicht gern hat wir laufen doch direkt zum dritten spot ich will jetzt gar nicht noch mal neu abspringen aber wie geil ist denn auch eigentlich das muss man an der stelle auch mal sagen wie geil ist denn eigentlich diese spitzhacke ja wo hier ist das denn mein neuer orientierungspunkt komme ich jetzt hier hoch geflogen kommt ja wohl damit kann man auch schon mal gut abkürzen das war doch geil aha den point habe ich also auch schon bekommen und jetzt muss ich hier hoch zum alten command covern ich bin gespannt wie es da aussieht wisst ihr was man eigentlich einführen müsste einfach also solo bauen null bauen könnte man alles machen finde ich alles cool kann auch alles so bleiben aber man müsste eigentlich so eine kennenlernen runde einführen oder also ohne ohne rumgeballer oder zumindest mal ohne schaden einfach mal so ein bisschen chill die lage hier rumlaufen und so weiter klar ich will die mission machen und jeder von euch auch ist auch alles cool aber wäre doch auch eine coole nummer wenn wir jetzt hier irgendwie erstmal kein schaden erlangen können sondern jeder für sich ganz gechillt alles angucken kann wie cool das aussieht dieses angemalte hier irgendwie so kommen wir jetzt hier rein und damit habe ich diese aufgabe auch schon hinbekommen sehr sehr nice also perfekt wir machen gleich weiter gucken wir mal wie viel wir hinkriegen auch guck mal wie das cool aussieht also ich bin ich bin geflasht ja also ehrlicherweise der trailer hat mich jetzt nicht von den socken gehauen aber das alles jetzt hier die ersten momente finde ich nice also schauen wir mal wie es weitergeht bis gleich ciao